Ich hoffe, man hört mich. Willkommen zu einer neuen Folge zu Summer! Wir sind wieder da mit unserem Horrorspektakel und freuen uns neuer Gesellschaft, beziehungsweise neuer spielerischer Erfahrung jetzt hier. Die Facecam habe ich leider nicht angeschlossen, die schließe ich hinterher nochmal an. Später, nächste Woche Freitag, werden wir nochmal zocken. Habe ich im Moment nicht da, muss ich gucken. So. 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 Ich meine, die Hauptsache ist, dass das schon mal funktioniert, das schon mal viel wert. So. 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 Der Chat ist auch bereit. So. 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 Also Fehlerbehebung, wir müssen hier wieder am Laufen zu kriegen. Wo war das nochmal? Wo mussten wir jetzt nochmal runter? Ach Moment, das war ja hier. Falls ich zu leise klinge oder spiel zu laut, sagt einfach Bescheid und ich mach das für das Mal. So. Hier ist doch das Viech. Wir müssen die Kontrolle zweimal aktivieren. Na dann. Das kommt schon auf uns zu, das ist ja wunderbar. Ja sag mal so. Es sieht uns ja nicht, sondern hört uns ja nicht. Von daher ist das nicht wirklich schlimm gerade. Warum muss ich denn jetzt rauskommen und kannst denn nicht da drin bleiben? Das ist so gut. Fängt schon gut an, ey. Neue Folge, so mal neues Glück, aber neue Pech hier. Ja. 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 Mö. Ja. Ja. Na dann, Los. Ach. Es ist so super, es ist so super, da fang ich gerade an, und dann könnt ich nicht, ich weiß wie. Ich würde ja gerne vorbei und einsperren, nur wenn ich vorbeigehe, dann hört er mich wieder, und dann habe ich hier die Arschkarte gezogen. Also wie gesagt, das Viech hört, naja, er sieht mich nicht, aber es hört mich. Gibt es hier was zum Werfen? Gibt es sonst noch was zum Werfen? Okay, das war die Idee nicht. Mit der rechten Maus, irgendwann zoomt man das drauf ran, ne? Ich glaube, ich nehme den Mausradzug an das ran, ja. Ja, toll, und jetzt... Geh die, Jum! Geh die, Jum! Guck mal! Guck! Geh die, Jum! Willst du mich veräppeln? Ah! Oh Gott, es ist ein Teil davon. Kommt der denn da drüber oder was? Ich hasse solche Spiele, wo so Gegner sind, die erstmal eine Stunde brauchen, bis sie irgendwie gehört gecheckt haben und denen laufen. Ja, das Spiel ist ja schon geil, aber irgendwie... Ich mag das Spiel, aber irgendwie, manche Gegner sind auch wirklich nervig. Jetzt lauf da! Ja, genau, genau, lauf da rein. Ja, genau, lauf da rein. Gib Gas, Gib Gas, Gib Gas, Gib Gas, Gib Gas, Gib Gas, Gib Gas! Schneller! So, Ding ist aktiviert. Problem, wir müssen jetzt hier raus. Oh, ja! Ganz ruhig. Ganz leise. So. Ne, definitiv. Ich geh da definitiv nicht nochmal runter. Ah, geschafft. Sehr schön. Ach, jetzt die Chips da reinpacken oder was? So, alles klar. Super geladen. Fertig. Steckt dann zwei Chips. Es sollte eine Liste von Leuten sein. Mal sehen, ob es jemanden gibt, die eine Sicherheitssiefer kennen könnte. Verstärkt. Archiprojekt ausgesetzt. Brandon Warren. Delta Flüchtling. Robotertechnik. Er arbeitet jetzt für Strohmeyer. Robin Mace. Noch so beschissener Kontinuitätsselbstmord. Strohmeyer hat mich wieder aus meinem Laptop ausgesperrt. Maggie Kumu-Rebi. Das ist chinesisch. Wir sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freundin. Heather Wolczesk. Polnisch. Lesien. Sie half mir, das Wellenbleck vom Helm zu schneiden. Wenn es irgendwas bringt, das eventuell eine Abmilderung des Hangovers nach dem Scan. Mit der Straski. Straski. Englisch. Straski war immer fröhlich und lustig. Alice Coaster. Kanadisch. Sagte, sie würde beim Bau der Arche helfen, nicht aber bei ihrem Transport nach Vieh. Den er hochladen hat. Lad ich mal hoch. Nein, das wird funktionieren. Wir brauchen jemanden vom Theta-Sicherheits-Gruppe. Vom Theta-Sicherheits-Dings, okay. DELTA-Roboter-Techniker arbeitet für Strommeyer. Nur zu der Zeit. Sehr promisierend. Ich werde ihn einfach aufladen und den Simulator gehen. Da sind wir. Was machen wir genau? Wir werden einen Gespräch mit Mr. Wan. Use den Computer, um die Simulation zu aktivieren. Nee, am Strand. Am Strand ist es schöner. Das war nicht so schlecht. Strommeyer hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Was? Wie kam ich hier? Willkommen zurück, Mr. Wan. Dr. Chun, ist das du? Was ist das passiert? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. Depthie. He's too empty. There's something really wrong in this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan. Meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was going to work. Maybe we can try again. That wasn't so bad. Strohmar really got me worked up. Bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun. I'll punch your teeth in. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So? What's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, no. That's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No, 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 no. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Okay. Aber wir haben kein Unterstützungsmodul. Was sagt denn der Computer hier? Achso, der sagt nur Zeitplan. Hm. Hm. Ich scheibe nix wirklich, wenn die Leverfunktionen funktionieren oder so. Das war nicht so schlecht. Das Strowart wirklich hat mich wirklich aufgetan. Was? Wie kam ich hierher? Herr Wan, ich brauche Ihre Hilfe. Dr. Chun, ist das Sie? Was ist das? Was ist das Ort? Alles ist gut. Thaden braucht Ihre Hilfe. Wir brauchen die neue Sicherheit. Dr. Chun? Ich höre Ihre Sprache, aber niemand ist hier. Niemand ist hier. Es ist leer. Es ist zu leer. Es ist wirklich etwas falsch in diesem Ort. Es ist nicht real. Das ist nicht real. Ich muss hier rauskommen. Ich brauche noch etwas. Ich brauche noch etwas. Ich brauche noch etwas anderes. Ich brauche noch etwas. Ich brauche noch etwas anderes. Fragt, was und wo? Ah, warte, 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 jetzt weiß ich nicht. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich muss noch irgendwas anderes probieren hier. Ich muss noch etwas anderes probieren. 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 Nein, bitte! Ich bin so nah dran. Stormwire wird das Projekt verletzt. Es ist nicht meine Schuld, die Leute sich immer zu töten. Ich weiß. Ich weiß. Ich versuch noch was. Ich weiß nicht ob es klappt. Ich weiß nicht. 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 Ich habe das built in den Intercoms gesagt. Ich habe keine Frau gefragt. Ich habe es aus dem Unterholen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so. Sie sind ja. Sie sind nicht an meinem Ort. Sie wissen können. Sie sind ja ganz klar. Ja. ebeest. Seine Eltern, würde ich mal sagen. 14. August. Elkers hat endlich die Evakuierung vom Delta zugestimmt. Goya, Krier und ich sind heute nach Teta umgezogen. Elkers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben, dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht ihr alles drunter und drüber. Es scheint, dass Alice und Brandon zusammenfassen haben. Oh, wir können das definitiv nutzen. Ich glaube, wir haben das, Simon. Ich kann Alice's Voice aus der Intercom synthetisieren und sie benutzen, um sie für die Simulation zu empersonieren. Wir können ihn schicken, um sie sicher zu sein, um sie zu öffnen. Great. Ich fühle mich sicher gut über das. Good job mit der Intercom. Ich wusste nicht, dass du mir ein Dater hattest. Was ist es? Es ist nur etwas, was ich jetzt mache. Es kommt natürlich zu dir. Das ist wirklich interessant. Ja, ich werde es sicher zu erinnern. Ich werde es in meinem Daterprofile addieren. Sehr gut, dann wollen wir mal. Ich habe eine Alice-Module, die wir können benutzen. So sie wird mit Brandon in der Simulation? Sort of. Ich werde noch etwas tun, aber es wird so und so sein, wie Alice. Das war nicht so schlecht. Das Stromau hat mich wirklich aufgetan. Bastard. Was ist in der Rune? Du magst es? Alice, woher sind wir? Nichts, du bist sicher. Aber ich muss dich hören. Was? Was ist passiert? Dich, die neue Sicherheitschiffen. Es ist wichtig. Du bist. Du bist nicht Alice. Was hast du gemacht? Was ist hier passiert? Warum hast du das gemacht? Was ist alles übergebracht? Ich meine, er hat er nicht vergessen, dass wir ihn durchführen können? Die Simulation nicht verletzt, die Scan-Pattern. Es ist ein ganzes Start. Es ist ein bisschen komisch, ich glaube. Das war nicht so gut. Stromart hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Das ist das, was du gett, wenn du deine Geschichte hörst. Ich glaube, ich hatte es. About Stromart. Er sagt, er hat mich an den News-Site für ASAP. Was soll ich ihm sagen? Es ist okay. Ich kann ihn sprechen. Was soll ich ihm sagen? Nein, ich werde es nicht sagen. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich. Okay. Es ist 1729 über 42. 12 über 407. Ja, ich habe es. Entschuldigung. 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 Das ist genug. Wir haben was wir brauchen. Ist das was wir? Simulation? Ja, aber es sollte nicht mehr difference. Du bist immer du. Ich bin nicht sicher, was zu tun mit den Daten. Du entscheidest. Rest in Peace Brandi. Du kannst mega runterfallen, Uh.. Proof auch echt bei mir. Wo dadurch steht da hinten mir, weißt du? Ich hab schon da echt dran gedacht,ohl. Okay. Den Zugangsuck. Und dann ist er irgendwo.. Simon, wir haben es geschafft. Wir können jetzt nach Dumbat kommen. Geh zurück hier. Katharine, können wir nicht einfach den Cypher aus der Daten von Branden? Es ist so schrecklich, ihn zurückzuführen, wie wir es gemacht haben. Nein, das ist unmöglich. Erinnerungen nicht so funktionieren. Ich hoffe, es war es wert. Da du bist. Er hat sich nur den Dumbat für uns geöffnet. Wir haben es in der Zeit für Monate zu holen, also wir brauchen einen Moment. Okay, das ist es. Das ist alles. Let's go ahead and... Huh, das ist weird. Oh, never mind. Was brauchen wir zu machen? Gehen in die Dock, die Omnitul kann jetzt öffnen. Und dann in die Dumbat. Dann in die Dumbat. Und dann in die Dumbat. Das ist einfach. Easy enough. Na dann... Wollen wir mal. Nichts bewegt sich hier. Nichts bewegt sich hier. Ist das gut oder ist das nicht gut? Oh, komm. Das war's für heute. Was ist das? Muss ich irgendwas einschalten oder was? Was ist das? Ich glaube, ich muss irgendwo was anschalten oder einschalten oder was weiß ich nicht mehr. Das Spiel sagt dir aber auch gar nichts. Ich guck mal so ein bisschen oder so. Dann fährt man das Ding jetzt rauf. Die Leiter kann man bewegen. 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 Das geht nicht. Das geht auch nicht. Sag mir nicht, ich muss das Ding da anschnitten. Gut. Sehr gut. Ich mag es, wenn Spiele einen allein lassen. Ähm. Ja? Ja. Ah ja, ich habe eine Taschenlampe. Was geht ab? Das schafft man, das zu aktivieren und dann bricht ja alles auseinander. And now? Ah, jetzt hat die da oben auf. Ja gut, ich muss ja, Johna. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Nicht im Entferntesten. Was uns hinter dieser Tür erwartet? Und wie es weitergeht mit unserem Schicksal. Ob wir überhaupt rauskommen. Das erfahren wir in der nächsten Folge. In Soma. Bis dann. Ciao, ciao. Und gute Nacht.